Moderne Architektur hat heute viel mehr Möglichkeiten, neue Gestaltungselemente einzusetzen. Die Ideen der Gestalter dürfen durch technische Limits so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Wir haben die richtige Lösung dafür. Studio XL. Überdimensionale und individuelle Architekturelemente. Internorm mit Leidenschaft. Aus Ihren Wünschen entsteht unser Anspruch. Erstklassige Mitarbeiter und die richtige Mischung aus traditioneller Tischlerarbeit und aus modernsten Produktionsanlagen bieten fast unbegrenzte Möglichkeiten. Die sorgfältige Prüfung jeder Holzcharge auf den richtigen Feuchtigkeitsgehalt zum Beispiel und die individuelle Auswahl der Elemente garantieren perfekte Qualität und Langlebigkeit. Der Markt fordert. Wir wachsen an den Herausforderungen. In unserem Produktionsbereich werden die Sonderelemente und überdimensionale Fenstergrössen in Präzisionsarbeit hergestellt. Immer mit dem Blick auf überzeugende Qualität in jedem Detail. So wird bei uns jedes Rahmen- und die Profil einzeln imprägniert und nicht nur das gesamte Fensterelement. Die Fertigung erfolgt, wie fast alle Arbeitsschritte der Studio XL-Produktion, in feinster Handarbeit. Präzise und detailverliebt. Unsere Produkte werden einer weit über das normale Maß hinaus umfassenden Qualitätsprüfung unterzogen, um die perfekte Funktionalität zu garantieren. Die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, die richtigen Materialien, die einzigartigen Produktionsmethoden. So entstehen Ergebnisse, die nicht nur schön und energiesparend sind, sondern in jedem Detail höchste Ansprüche erfüllen. Dienstleistungskompetenz auf höchstem Niveau. Mit entsprechend großen Transportfahrzeugen und hochprofessionellen Monteuren sorgen wir für den fachgerechten Einbau. So werden Ideen und Visionen Realität. So wird eine Skizze auf dem Papier zu einem Plan und zu einem perfekt funktionierenden Glasarchitekturelement, das optische Qualität, Langlebigkeit und Energieeffizienz vereinigt. Studio XL – Präzision und Perfektion für individuelle Kundenwünsche